Natürlich. Na und schlafen, Oma, kann man doch am besten nach einer schönen, wunderbaren Geschichte. Oma, hast du nicht was gesagt von der Luise? Ach ja, na prima, die war immer so schön ungezogen. Dicht vom Haus die grüne Wiese war kein Spielplatz für Luise. Auf dem Garten und dem Hof fand Luise öd und doof. Um zu spielen und zu spaßen, holzte sie auf Autostraßen. Selbst im dichtesten Verkehr, wie Erke hin und her. Nicht einmal auf Bernhard Schütze, Polizist mit weißer Mütze, hörte brav und folgsam diese ungezogene Luise. Und sie trieb es toll und toller, gab nicht Acht auf Motorroller, Feuerwehr und Feuerleiter, Opens, Autos und so weiter. Taxifahrer Edmund Flor, schimpfte Mädel, zieh dich vor. Und der Gasmann hat getrot, Kind, du rennst noch in den Tod. Gugel schaß vor ein paar Tagen, dass ein großer Lasskraut wagen, von der Städtchen Müll abfuhr. Nachmittags um 15 Uhr, just in jener Straße hielt, wo Luise immer spielt. Und die Männer fix und fleißig kippten in das Fahrzeug dreißig, vollgefüllte Abfallkübel und Luise wurde übel. Denn die Männer welchen raus, kippten auch Luise aus. Die Menschen sind am Straßenrand, nicht einer von der Stadt. Braucht schon ab, der Fahrer, Gas. Und Luise zwischen Glas. Schön Papier und Kaffeesatz. Fuhr zum Schuttabladeplatz. Dort schon ganz und gar zerrüttet, hat man sie dann ausgeschüttet. Und aus Asche, Blech und Knochen ist Luise rausgekrochen. Schmutzig sieht Luise aus, heult und traut sich nicht nach Haus. Du hast gemogelt, Biene. Nicht absichtlich. Ich hab nur aus Versehen gemogelt. Du musst doch gesehen haben, dass du die als Achter hast. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Höchstens Dame. Und das Brett steht auf der Veranda. Auweia. Und wer holt's? Ich. Oma wäscht ab. Sei aber leise. Ja. Wo willst du denn noch hin, Sabine? Ach, nur eine Katzi Dame, Oma. Das Brett steht auf der Veranda. Jetzt wird nicht mehr Dame gespielt und auch nicht mehr herumgestromert. Es ist schon nach acht. Also gut, Oma. Wenn ich nicht mehr herumstromere, dann liest du mir und Liene noch die Geschichte vom Stromer Johannes vor. Johannes wollte nicht mehr klein und auch nicht mehr behütet sein. Am frühen Morgen lief er fort von Eltern, Haus und Kinderhort. So laut man auch Johannes rief. Johannes lief und lief und lief. Er lief mal schräg, mal geradeaus und jammerte, ich will nach Haus. Kein Weg, kein Steg, kein Mensch, kein Licht. Johannes fand den Heimweg nicht. Johannes irrte ruhelos durch Dickicht, Sumpf, Gestrüpp und Moos. Er hatte Hunger, Durst und Fror und kam sich ganz verlassen vor. Der Winter kam ins Land. Oh weh, schon fiel vom Himmel kalter Schnee. Mit Hirsch und Reh am Futterplatz hockt nun zerknirscht der Hosenmatz. Sein Frühstück Eicheln, Klee und Heu. Sein Bettchen reisig, Laub und Spreu. Ist das ein Leben, Kinder? Nein. Da seht ihr, Strohmann bringt nichts ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Zehn, elf, zwölf, so ist es richtig. Ich zähle, wie mir es passt. Neun, zehn, zwölf. Oma, die Karoline kann nicht richtig zählen. Ruhe, sonst zähle ich euch was. Ja, Omi, erzähl uns noch was. Noch eine aller, aller, allerletzte Geschichte. Ich will noch das Geschirr abtrocknen, Kinder. Da wird sich eure Mutti freuen. Gebt jetzt Ruhe. Omi, dann werden wir dir noch eine erzählen. Ja, eine richtige Oma-Geschichte. Nämlich die von der alten Oma Ensenbach. Die Oma Ensenbach war schon ein bisschen Altersschwach. Für Ebbing schlug der See und Matt. An einem Krückstock durch die Stadt. Wer sehr blickte, jeder Mann bot gern der Alten Hilfe an. Die Mädchen und die Jungen sind gerne bei der Sprung und trugen hier die Taschen und haben Wäsche-Maschen und räumten auf die Tue und putzten black die Schuhe. Und fiel der Schmutz vor Omas Tür und niemand wollte nun dafür. Nur die zwei Buben, Tom und Tim, die waren ganz besonders schön. Sie erhörten mit freitem Lachen die alte Oma Ensenbach. Und zangen ihr in zweier Vor, die Schande ab, den Schmutz des Vor. Funke, krumme Hänschen, Ruhe, ausgedörte Brückte, Brückte, Brume, Schleier, alle Hauben, Wachte, gute Nacht, du alte Schachtel. Das klang nicht gut im Omas Chor, doch trug sie alles mit Ruhr. Sie schimpften, sie schimpften, sie war immer froh und dachte, Jungen sind halt so. Sie erhörten sich Tim und Tom, sie liefen vor der Haustür. Gummert raus, zu uns und spürten, das lieb noch mal von vorne. Buckel, krumme Hänschen, Ruhe, ausgedörte Brückte, 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 Schleier, alle Hauben, Wachte, gute Nacht, du alte Schachtel. Musik Schleier, allein mit lautem Krach, das hörte Oma Gänzen wahr. Schnell spamm die Alte aus dem Bett und lief zum Teich mit einem Brett und hat sich mit dem Brett ganz sacht an beide Buben rangemacht. Und kriegte sie die Pilschnassen am Marsch ab und am Rumpf zu fassen und brachte so nach kurzer Zeit das Ruderpaar in Sicherheit. Musik Nun sitzen triebend nass und schwach am Herd der Oma Inzen wahr. Die Buben, denn ihr Bauch tut weh und schlürfen heiß in Bledertee. Und futtert zehn mit Kost und Speck, belegte Butterstullen weg. Die Oma dies mit Freuden sieht, sagt, Kinder guten Appetit. Musik Na endlich, jetzt schlafen sie. Ob die immer erst zwölf Geschichten dazu brauchen, eine dreizehnte, hätte ich auch gar nicht mehr gewusst. Die träumen sie vielleicht. Musik Sieht mal hier, wie es schiedt hier. Musik 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 Und wenn du trägst, ihr Feinde, und der Wien als Leite, schieb den Aschentriebe, schien die Schopenhiebe. Die Schopenhiebe, die Schopenhiebe.